Wenn du nach einer Glättbürste suchst, die dir hilft, dein Haar schnell und effizient zu stylen, bist du hier genau richtig. Heute präsentiere ich dir 5 hervorragende Glättbürsten, die nicht nur durch ihre Leistung, sondern auch durch innovative Funktionen überzeugen. Jede dieser Glättbürsten hat ihre eigenen Stärken und ist darauf ausgelegt, dir das Styling deines Haars so einfach wie möglich zu machen. Lass uns also direkt mit dem ersten Modell beginnen. Das erste Modell ist die Landot Glättbürste. Diese Bürste bietet dir nicht nur die Möglichkeit, dein Haar sanft zu glätten, sondern sorgt auch dafür, dass dein Haar seidig, glatt und glänzend aussieht. Besonders beeindruckend ist, wie schnell sie sich aufheizt. Mit der Landot Glättbürste kannst du in nur wenigen Minuten loslegen, was sie perfekt für alle macht, die morgens wenig Zeit haben, aber dennoch ein glattes und gepflegtes Styling wünschen. Ein weiteres Highlight ist die Temperaturregelung, die es dir ermöglicht, die Hitze an deinen Haartyp anzupassen. So verhinderst du Hitzeschäden und erzielst dennoch ein professionelles Ergebnis. Die Links zu den Produkten und den tagesaktuellen Preisen findest du in der Videobeschreibung. Als nächstes haben wir die WebEUT Glättbürste. Diese Bürste zeichnet sich durch ihre fortschrittliche Technologie aus, die sicherstellt, dass dein Haar gleichmäßig geglättet wird, ohne es zu überhitzen. Sie arbeitet mit einer Keramik-Heiztechnologie, die dafür sorgt, dass die Hitze gleichmäßig verteilt wird, was besonders wichtig ist, um dein Haar vor Hitzeschäden zu schützen. Ein weiteres tolles Feature ist die Ionen-Technologie, die frissreduziert und deinem Haar einen schönen, gesunden Glanz verleiht. Die WebEUT Glättbürste ist zudem besonders leicht und handlich, was das Styling noch einfacher und komfortabler macht. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Kommen wir zur Tümo Ring Glättbürste. Diese Bürste ist besonders beliebt wegen ihres einzigartigen Designs und der innovativen Technologie. Der Tümo Ring kombiniert das Beste aus einer herkömmlichen Glättbürste und einem Haargletter, was dir erlaubt, dein Haar in kürzester Zeit zu stylen. Besonders praktisch ist, dass sie nicht nur glättet, sondern dem Haar auch Volumen und Bewegung verleiht, was sie zu einer großartigen Wahl für alle macht, die mehr als nur glattes Haar möchten. Auch die Sicherheitsfunktion überzeugen. Die Bürste verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, die dafür sorgt, dass sie sich nach einer gewissen Zeit von selbst ausschaltet, falls du vergisst, sie auszuschalten. Die Links zu den Produkten und den tagesaktuellen Preisen findest du in der Videobeschreibung. Nun kommen wir zu einem echten Profimodell. Die GHD Glide Hotbrush. GHD ist bekannt für hochwertige Styling-Tools und die Glide Hotbrush ist da keine Ausnahme. Diese Bürste ist ideal für alle, die ein professionelles Styling-Ergebnis erzielen wollen, ohne dabei ins Friseurstudio gehen zu müssen. Dank der fortschrittlichen Keramik-Technologie und der Ionen-Technologie sorgt die GHD Glied dafür, dass dein Haar schnell und schonend geglättet wird, während gleichzeitig Friss reduziert wird. Besonders beeindruckend ist die Fähigkeit der Bürste, große Haarpartien gleichzeitig zu glätten, was die Styling-Zeit deutlich verkürzt. Die GHD Glide Hotbrush ist besonders benutzerfreundlich und eignet sich sowohl für dickes als auch für feines Haar. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt haben wir noch eine weitere Variante der GHD Glide Hotbrush, die sich durch ähnliche Funktionen wie die vorherige auszeichnet, aber noch ein wenig kompakter ist. Sie ist ideal, wenn du eine Bürste suchst, die du auch auf Reisen leicht mitnehmen kannst. Die gleiche innovative Technologie sorgt auch hier dafür, dass dein Haar glatt und seidig aussieht und das ohne große Mühe. Besonders praktisch ist die schnelle Aufheizzeit, sodass du innerhalb weniger Minuten startklar bist. Auch hier bietet GHD die gewohnte Premium-Qualität, die dafür sorgt, dass die Bürste besonders langlebig und sicher im Gebrauch ist. Die Links zu den Produkten und den tagesaktuellen Preisen findest du in der Videobeschreibung. Egal für welche Glättbürste du dich entscheidest, alle diese Modelle bieten dir eine hervorragende Möglichkeit, dein Haar schnell und einfach zu stylen und dabei gleichzeitig gesund und glänzend zu halten. Schau dir gerne die tagesaktuellen Preise, Kundenbewertungen und weitere Informationen über die Links in der Videobeschreibung an.